Wusstest du, dass du ein Drittel deines Lebens Gott sein kannst? Diese Fähigkeit ist nur wenigen bekannt, dabei müsste sie euch schon in der Schule beigebracht werden. Die Rede ist von luziden Träumen oder auch Klarträume. Du kannst fliegen, Superkräfte haben, Ängste bewältigen wie Höhenangst, Kunst erschaffen, Sport und Abenteuer ohne Risiko erleben, Zeitreisen, Raumfiguren, die dein Unterbewusstsein sind befragen, Probleme lösen oder deine Sexualität ausprobieren. Diese unglaubliche Fähigkeit schlummert in dir und du kannst sie in nur eine Woche dein eigen nennen, hier ist wie. Prüfe fünfmal täglich Dinge, die im Traum komisch sein werden. Schaue auf die Uhr, zähle die Finger an deiner Hand, lies mehrere Sätze einer Zeitung, was du lesen wirst, wird unzusammenhängend sein. Das wird dir ermöglichen zu erkennen, dass du dich in einem Traum befindest. Du musst dir angewöhnen, diese Dinge möglichst oft im Alltag zu tun, damit du die Gewohnheit auch im Traum haben wirst. Mache es also mehrmals täglich für eine Woche. Diese Fähigkeit wird dein Leben ultimativ bereichern. Worauf wartest du? Integriere die Übungen in deinen Alltag und lebe was du bist, ein Schöpfer.